Musik Natürlich meisterlich. Ihr Räume, unsere Möbellösungen. Ihre Wünsche, unser Know-how. Wir, das BI, Günther Sedlmacher und unsere Schreiner, verwirklichen mit Ihnen Ihre Möbelträume. Mit Können, Erfahrung und traditionellem Schreinerwissen. Seit 65 Jahren. Mit jungen Ideen, Inspiration, Schwung und Mutzonein. In der dritten Meistergeneration. Als Jahrgangsbester der Handwerkskammer Oberbayern liegt mir besonders die Ausbildung und Qualifikation meiner Schreiner am Herzen. Zur Zeit besteht unser Team aus zwei Schreinermeistern, drei Gesellinnen und Gesellen. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter und auf unser ganzes Team. Auch die Ausbildung wird bei mir großgeschrieben. Als Aktivsmitglied der Schreinerinnerung will ich jährlich mindestens einen Lehrling aus und biete auch regelmäßig die Möglichkeit zum Praktikum. So können junge Leute den wunderbaren Beruf des Schreiners ausprobieren. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Schreinerqualität natürlich und meisterlich umzusetzen. In jedem Möbelstück, das wir für Sie bauen, steckt deswegen unser ganzes Fachwissen, unser Engagement und jede Menge Leidenschaft. Sie wissen, wie ein neues Möbel aussehen soll. Oder Sie suchen noch nach der richtigen Lösung. Mein Team und ich starten für Sie ganz gerne auf einem weißen Plattel Papier. Ich höre Ihnen zu, berate Sie, entwirfe und plane für Sie. Das Gespräch mit den Kunden ist mir besonders wichtig. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, denn nur so erfahren wir nur über Sie und wir mir Ihre Wünsche optimal umsetzen können. So entsteht aus den Gesprächen ein Möbelstück, das auf Sie, Ihre Ansprüche und auf Ihren Charakter zugeschnitten ist. Sozusagen auf den Leib geschreinert. Selbstverständlich sind für uns 3D-Planung, Bemusterung und ein genaues Kostenangebot. Aus besten Materialien, den perfekten Beschlägen und einheimischen Hölzern entsteht bei uns in meiner Schreinerei Ihr neues Schmuckstück. Handwerklich und auf Maß gefertigt. Mit Lieferung und Tasch durch den Schreiner, der Ihr Möbel gebaut hat, vollenden wir unser Werk. Einer Aufgabe wird es sein, Sie täglich an unserem neuen Möbel zu erfreuen und uns natürlich weiter zu empfehlen. Wir haben uns auf maßgeschneiderte Küchen spezialisiert. Ob moderne Küchen oder Landhausküchen, Botzimmern oder sonstige Wohnmöbel. Mit uns haben Sie Ihren Verwirklicher und Macher gefunden. Natürlich und meisterlich. Besuchen Sie uns oder werfen Sie mich an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wir belohnen Sie mit Ihrer Begeisterung für ein neues Möbel von Ihrem Schreinermeister Günther Sedlmayr. Betransome 3 Petra 10 21 22